David Sedaris, die Storchenmütter Der frühreife Storch war gerade zwei Wochen alt, als er wissen wollte, wo die Babys herkommen. »Du liebe Goethe«, sagte seine Mutter, »was für eine Frage!« Sie hielt sich für modern und aufgeschlossen, aber war da nicht irgendwo eine Grenze? »Das erkläre ich dir später«, sagte sie und stopfte ihm etwas kraftvoller als gewöhnlich einen Hering in den Rachen. Später erzählte die Storchin ihrer Schwester von dem Gespräch, die ebenfalls vor kurzem Nachwuchs bekommen hatte. Sie hatte nur eine Anekdote erzählen wollen, was Kinder doch für heikle Fragen stellen konnten und war überhaupt nicht auf die Reaktion ihrer Schwester gefasst. »Dein einziger Sohn will von dir eine Erklärung und du verweigerst sie ihm?« »Aber selbstverständlich«, sagte die Storchin, »er ist doch selbst noch ein Baby. Wie soll er eine so komplizierte Sache denn verstehen?« »Und deshalb soll mein Kind da abwimmeln oder schlimmer noch anlügen, solange sie nicht alt genug sind, sicher. Und dann lügen und lügen wir und irgendwann sollen sie uns plötzlich glauben. In unserer Familie war es genauso und ich habe keinen Trauma davon getragen«, sagte die Storchin. »Außerdem sind es weniger Lügen als viel mehr Geschichten. Das ist doch ein Unterschied.« »Ach ja?«, platzte die Schwester heraus, die selbst überrascht war, wie wütend sie die Unterhaltung machte. »Na dann, gib mir doch mal ein Beispiel.« Die Storchin blinzelte über die Dächer ringsum, bis hier etwas einfiel. »Also gut, ich erinnere mich noch, wie ich zum ersten Mal den Vollmond sah und mein Großvater mir erklärte, es sei ein entfernter Trabant, der vor Milliarden von Jahren entstanden sei. Ich habe das viele Jahre geglaubt, bis ich die Wahrheit erfuhr.« »Die Wahrheit«, sagte ihre Schwester, »Gott hat ihn gemacht«, verkündete die Storchin. »Er hat die Erde und das Weltall erschaffen, einzig aus Staub und der Kraft seines Willens und in weniger als sieben Tagen. Ich habe einem Kardinal zugehört, der von der Spitze einer Kathedrale davon erzählte, und das war sehr lehrreich.« »Und von Gott kommen dann auch die Babys?« »Gütiger Himmel, nein«, sagte die Storchin, »Babys werden von Mäusen gebracht.« Es dauerte einen Moment, bis die Schwester sich wieder gefangen hatte. »Oh, Schwesterherz«, sagte sie, »unsere Babys sind doch viel zu groß, wie in aller Welt. Es sind besondere Mäuse«, erklärte die Storchin, »die können Dinge tragen, die viel schwerer sind als sie selbst. Sie verstecken sich, bis wir unsere Eier legen, und dann legen sie heimlich hinter unserem Rücken die Küken rein. »Aber wir bauen unsere Nester auf Kaminen«, sagte die Schwester, »wie soll eine kleine Maus und noch dazu mit dem lebendigen, quirligen Vogelkind im Gepäck so hoch hinaufklettern. Womit soll sie es denn festhalten?« »Schon mal was von magischen Taschen gehört?«, fragte die Storchin. »Klar doch, die magischen Mäusetaschen«, sagte ihre Schwester und fragte sich, wie jemand, der so naiv war, sich ernähren oder sogar ein Nest bauen und ein Kind aufziehen konnte. »Und wo genau hast du diese Informationen her?« »Ach«, sagte die Storchin, »von diesem Storch, mit dem ich hin und wieder Sex habe.« »Jetzt starrte die Schwester über die Häuserdächer.« »Ich hab's«, sagte sie, »warum erzählst du deinem Sohn nicht einfach, das ist es, wo die Babys herkommen? Sex! Ich weiß, es klingt verrückt, aber vielleicht hilft's ihm, bis er alt genug ist, die Geschichte mit den magischen Mäusen zu verstehen.« »Meinst du?« »Ganz bestimmt«, sagte ihre Schwester. Die Storchin flog davon und ihre Schwester sah ihr entgeistert hinterher. Sie stammten aus dem gleichen Elternhaus und waren etwa zur gleichen Zeit Flüge geworden. Sie lebten in der gleichen Stadt und tranken das gleiche Wasser. Wie konnte es sein, dass sie so schlau war und ihre Schwester so völlig durch den Wind? Ihre Unterhaltung, noch frisch im Gedächtnis, kehrte sie zu ihrem eigenen Kind zurück, einem Töchterchen, das vor zehn Tagen geschlüpft war. Es sperrte seinen hungrigen Schnabel weit auf und die Störchin seufzte. »Ich weiß, dass du hungrig bist, aber deine Mutter hat einen anstrengenden Nachmittag hinter sich und möchte einen Moment Energie tanken, bevor sie sich wieder ihre Zwangsarbeiterkappe aufsetzt.« Sie pickte einige Federn aus dem Nest und warf sie über den Rand. »Willst du wissen, warum Mami so erschöpft ist?« Das Storchenkind sperrte den Schnabel nur noch weiter auf und die Störchin stöhnte. »Es würde dir nicht schaden, dich auch für andere zu interessieren,« sagte sie. »Ich erzähle dir, dass es mir nicht gut geht und ich mich eingeengt und einsam fühle und du sagst nur, prima, wo bleibt mein Essen? Was ausgesprochen unsensibel von dir ist, alle Mütter empfinden bedingungslose Liebe für ihr Kind, aber das hält nicht ewig, verstehst du, besonders wenn man nur an sich selbst denkt.« Das Storchenkind klappte den Schnabel zu. »Mami ist deprimiert, weil dein Cousin wissen wollte, wo die Babys herkommen. Das ist für jemand in deinem Alter ganz natürlich nichts, dass man sich dafür schämen müsste. Sex ist eine schöne und wichtige Sache im Leben. Das habe ich dir erst letzte Woche erklärt, als wir über die Untreue deines Vaters gesprochen haben. Weißt du noch, wie wir über deinen fremdgehenden Daddy gesprochen haben? Ich habe dir erklärt, es gibt gute und schlechte Liebhaber und dass dein Vater eine krankhafte Gleichgültigkeit gegenüber den Bedürfnissen seiner Partnerin besitzt. Ich habe gesagt, dass deine Mutter bei deiner Zeugung keinen Orgasmus hatte und dass dies vermutlich der Grund dafür ist, dass du dich nur schwer in andere hineinversetzen kannst. Erinnerst du dich?« Eine Krähe flog vorbei. Das Storchenkind folgte ihr mit seinen Blicken, ohne den Kopf zu bewegen. »Ich bin nur deshalb so deprimiert, weil ich mir zu viele Sorgen mache, weniger um dich als um deine Tante, die mir aus vollster Überzeugung erklärt, die Babys würden von Mäusen gebracht.« Das Storchenkind machte große Augen. »Genau das war auch meine Reaktion«, sagte die Störchin. Sie sah ihre Tochter an und fühlte zum ersten Mal seit Tagen einen Hoffnungsschimmer. Dann flog sie hungrig davon, um Futter zu suchen. Das Küken sah ihr nach und wünschte sich einmal mehr einen Bruder oder eine Schwester, irgendjemanden außer seiner Mutter, die den lieben langen Tag von nichts anderem redete als sich selbst. Seit seiner Geburt befürchtete es, ein Einzelkind bleiben zu müssen. Aber vielleicht konnten die Mäuse ihm helfen. Die Frage war nur, wie gingen sie vor? Besuchten sie der Reihe nach alle Nester? Nahmen sie Bittgesuche an? Und konnte man sie irgendwie herbeilocken oder anfordern? Das Vogelkind lehnte sich über den Rand des Nestes, in der Hoffnung, eine dieser Mäuse zu erblicken und zu sich zu rufen. Und dann beugte es sich noch etwas weiter vor. Und dann beugte es sich noch etwas weiter vor. Und dann beugte es sich noch etwas weiter vor.